Guck, jetzt geht's ja schon los. So, tali, hallo. Am Rahmen ist ja nö. Ich bin neuer Urnubis und ja, doch nicht, ich bin heut mal wieder in der Runde Paladins. So, jetzt geht's gleich los. Was liest du mal ansehen hier? Den ich hatte nie gesehen. Punkt spawning in 20 seconds. Wie cool aus, den will ich auch machen. Ey. Nicht getroffen. Punkt spawning in 10 seconds. Punkt spawning in 5 seconds. Ähm. Das Gewinnspiel für Paladins ist eigentlich beendet, allerdings haben wir gesagt, gut, wir erweitern lassen. Weil bisher hat sie irgendwie kaum einer dafür gemeldet. Oder sagen wir mal, es sind wirklich viele. Und ja. Ähm. 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 Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Ähm. Ja. Andererseits, der Despen ist wieder aus dem Krankenhaus zurück. Und ich denke mal, das freut uns natürlich. Ähm. 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 Ihm geht so weit, ist er sehr gut. Allerdings ist er noch nicht ganz wieder auf dem Bein. Besonders Porque, énergie! Ja, wenn hier oder das ist, das wird ändern? Ja. Ich glaube jetzt. Kannst du really, Anita vãoquieren! Alles ella? Ja. Sieg hat kritisch, gut. Guttl点él nach. Böken! Ja. Blöken Pelas. früheragerung honoring. Boo! Ja, immer noch, ähm, andererseits läuft das gewünscht wie für Kaladin. Wir würden ja in Deutschland entscheiden, dass wir ein Finst-Spiel holen. Das ist ja auch ein Luft-Spiel, das wir ja nicht haben, wie vorstehen würden. Ich denke mal, dass wir so wie cool ist. Das ist ein Militier, klar. Ja, das ist ein Militier. Ich brauche auf jeden Fall mehrere Life-Spiels bekommen. Wir wissen, dass wir nicht viel mehr haben. Wir haben ein Militier. Wir haben eine Menge, eigentlich. Die Spieleliste von mir zum Beispiel steht ja auch auf Netflix. Ah, da war ich nicht mehr. Ähm, auf Facebook, auf Facebook, Anubis & Friends und ganz ganz viele mehr an Spielen. Auch, äh, Diablo und Fifa. Ähm, ich meine, Fifa dürften ja soweit die meisten von euch haben. Ähm, ich würde mal sagen, sollten uns doch mal eure Vorschläge. Wie wir am besten das Ganze bestreiten können. Weil wir könnten ganz gern mit euch Paladins zusammenzocken. Ähm, zweimal der Weltkrieg. Allerweise ist es dann immer der andere, aber okay. Ähm, na, was gibt's noch zu sagen? Ähm, Paragon, äh, so viel wir immer noch mit Streiter. Und ihr könnt euch zusammenbleiben. Ihr seet enemies still love. Also, ich muss da doch mal eure Meinung dazu. Da, ähm, ihr unterstützt, nicht Kunze. Ja, dass Game ist in den Werben. Ja, und äh, das besonders, der, ähm, Informations- und Aspekt, wie man sich mit den Reben auseinandersetzen muss. Das ist hier ganz, ganz groß. Das ist nicht der Spannung. 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 Das sollte man immer so gut befinden. Deswegen würde ich ganz gerne mal wissen, was wir hier aus den Spannungen halten. Und wie wir hier am besten gewollt haben. Mehr in der Spannung. Auch während dem Spannung. Der Spannung ist 20 Sekunden. Der Spannung hat den Spannung. Der Spannung ist 10 Sekunden. Der Spannung ist 5 Sekunden. Der Spannung hat Spannung. Der Spannung ist 5 Sekunden. Der Spannung ist 65 Sekunden. Der Spannung ist cool. Ich würde den Spannung hier haben. Der Spannung ist kriegt das der Spannungen an Rapper. Der Spannung ist 10 Sekunden. Der Spannung der Spannung ist. Der Guter Ministrahl Guck mal, ob das hier bin ich, oder? Oder nix. Aber naja, ich war noch nicht in dieser Position so wirklich. Ich hab's mal gleich ja nicht aufgenommen in diesem Moment, aber ich hab mit anderen Jungs gespielt, da waren wir zu Beginn als Defensive. Oh, ja. Ähm, nur durch Taktik zu tun. Ich hab's mal so nachgegeben. Äh, Schlagmord zu fänden. Oh, okay. Jetzt muss ich was machen. Und jetzt mal was. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das, warum ich das mit meinem Gericht sagten, was ich so richtig habe. Ich hab das. Wirklich, ich hab das. Ich hab das. Hoffentlich, ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das mit meinem Gericht in 15 Minuten. den Games gewünscht was geht ab hm, ging ja flott kommen wir schon wieder von da oben von der Seite kommt denn es ist ziemlich so w was auf über die 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 Oh, ja, ich bin Ich bin Oh, ja, ich bin Oh, ja, ich bin Oh, ja, ich bin PBV und die Aktion machen Schreibt uns mal eure Ideen wie wir jetzt endlich den Code für Paladins loswerden Also Leute, es liegt bei euch, ihr habt es in der Hand, also sagt uns Bescheid, was euch auf dem Herzen liegt und ich bin raus.